Ich bin eine Frau. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Männer suchen mich auf. Sie sehen und wichsen. Ich kann nicht mehr. Kein Unterschied zwischen Objekt und Subjekt. Warum bin ich besonders vergenusswurzelungswürdig? Warum? Warum sehen mich Männer permanent an? Ich kann nicht mehr. Hier gilt Ruhe. Am Strand des Lebens hoffe ich auf Klarheit. Die Zukunft ist wie der Ort jenseits des Horizonts. Ungewiss. Doch ich habe eine Entscheidung getroffen. Gurkensalat.